Die Digitalisierung unseres Lebens lässt keinen Stein auf dem anderen. Ganze Branchen verschwinden, andere wiederum entstehen komplett neu. Dies bringt auch enorme Herausforderungen für Investoren mit sich und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Philipp Haas bei der DJI Capital AG, zuständig für den Digitalsektor. Herr Haas, wo stehen wir denn in der digitalen Revolution? Noch am Anfang oder sind wir schon mittendrin? Also da würde ich ganz klar sagen beides. Ich würde die digitale Revolution durchaus in der Bedeutung einordnen von der Agrarrevolution und der Industrierevolution. Und eine Industrierevolution hat ja auch angefangen mit der Dampfmaschine. Da sind wir jetzt oder schon weiter. Aber ich meine, wenn man sich heute von so einer Automobilfabrik eine automatisierte Produktionslinie anschaut, das hat sich noch mal wahnsinnig verbessert. Und es gibt dieses berühmte Zitat von Marc Andresen, Software is eating the world. Also es wird in immer mehr Lebensbereiche noch Einzug halten, weil viele Sachen zum Beispiel Bauindustrie oder viele Sachen des alltäglichen Lebens sind noch gar nicht von der Digitalisierung angegangen. Also da kommt noch viel, aber wir sind auch schon mittendrin. Was auffällt ist, dass die Großen der Branche allesamt aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommen. Facebook beispielsweise, Apple, Amazon, Google, heutzutage Alphabet, wie sie heißt, an der Börse. Verschläft Deutschland diesen Trend? Deutschland hat den Trend auch schon verschlafen. Ich würde noch ergänzen, also in China gibt es auch noch zwei, drei Unternehmen, die auf dem gleichen Niveau dort sind. Das Problem ist, Deutschland ist ein mittlerer Markt. Wenn ich jetzt eine Firma bin im Digitalsektor, Deutschland ist erstmal groß genug, dass ich mich auf den deutschen Markt fokussiere. Er ist aber nicht groß genug, dass ich eine globale Plattform meistens damit schaffe. Die Sprache ist dann auch noch ein Nachteil. China, USA, da sind einfach noch mal deutlich mehr Menschen. Teilweise kann es dann sogar ein Vorteil sein bei kleineren Ländern, wie wenn ich aus Schweden komme, Schweiz, Niederlande. Da denke ich gleich an den globalen Markt und beschäftige mich gar nicht mit dem Heimatmarkt, mache gleich alles auf Englisch und dann kann ich das dann auch eher mal in den Nischen schaffen. Von der Politik ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil diese Firmen dann auch so Netzwerkeffekte haben und es macht es sehr, sehr schwer, da noch aufzuholen. Ich möchte mit Ihnen gerne die Chancen und Risiken der Branche abwägen. Fangen wir vielleicht mit den Chancen an. Wo sehen Sie die bei der Digitalisierung? Ja, also man kann halt eigentlich alles Mögliche automatisieren. Man kann auch sehr, sehr viele Jobs effizienter machen und da, wie wir auch schon angesprochen sind, sind wir erst am Anfang. Als Investor bin ich auch davon überzeugt, dass viele der qualitativ hochwertigsten Unternehmen im Digitalsektor zu finden sind. Wenn ich ein Softwareprodukt verkaufe, entstehen mir keine zusätzlichen Kosten. Oder wenn wir diese angesprochenen digitalen Plattformen sehen, die sind einfach wahnsinnig profitabel, erreichen Milliarden Menschen ohne Kosten. Sowas gab es in der Geschichte einfach noch nicht und können dadurch immer sehr, sehr stark wachsen. Also da liegen einfach noch viele Chancen, die immer noch genutzt werden. Und wo lauern Risiken aus Ihrer Sicht? Da würde ich sagen zwei Themen. Das eine, worüber ja schon sehr, sehr viel gesprochen ist, ist das Thema IT-Sicherheit. Wenn wir uns alles immer mehr in die Cloud auslagern, ist zwar besser, aber man kann halt das nicht komplett ausschließen, dass es Hackingangriffe gibt. Kriege in der Zukunft werden vielleicht gar nicht mehr mit Gewalt oder Bomben geführt, sondern durch Hacking. Da liefert man sich zum gewissen Grade schon aus. Und das andere ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem. Also es werden einfach sehr, sehr viele Jobs verschwinden und da muss man schauen, wie man das bewerkstelligt. Und bis jetzt hieß ja immer, es entstehen dann auch neue Jobs. Aber ich glaube, es gibt dann doch irgendwo ein gewisses Ungleichgewicht für relativ wenige Jobs, die sehr, sehr gefragt sein werden. Und viele Jobs, gerade auch dann im mittleren Management, werden durch Algorithmen ersetzt, Entscheidungen, kann dann besser der Computer treffen als der Mensch. Und da müssen wir uns auch irgendwie hier vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen oder andere Sachen überlegen, um diese Herausforderungen irgendwie zu bewerkstelligen. Gestatten Sie am Ende noch eine private Frage. Sind Sie denn im Privatleben auch ein digitaler Mensch, so wie der Sektor, mit dem Sie sich beschäftigen? Oder nehmen Sie auch mal beispielsweise ein Buch zur Hand? Absolut. Also ich lese eigentlich lieber Bücher. Das hat zwei Gründe. Einerseits ist man weniger abgelenkt. Man erkennt das, glaube ich, immer, wenn man irgendwie auf dem Tablet oder PC was liest, dann poppt irgendwas auf und man kann sich nicht so gut konzentrieren. Da hat sich sicherlich auch der Mensch sogar ein bisschen verändert. Und das zweite ist auch so ein Preismodell. Die Verlage wollen eigentlich das Produktbuch erhalten. Und oft ist dann irgendwie, sag ich mal, die Online-Version vielleicht zwei Euro günstiger. Ich habe die nur in einem Account irgendwo drin. Da kaufe ich mir lieber das Taschenbuch, kann es mitnehmen, kann es jemandem geben, kann es mir in den Schrank stellen. Ist auch mal ganz nett. Daher, ja, absolut. Also ein klares Votum für das klassische Buch von Philipp Haas bei der DJI Kapital AG zuständig für den Digitalsektor. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank.